Hallo miteinander und herzlich willkommen beim REGEN TV Plus und meiner Sendung Desiris Talk. Und heute wird es spannend, wir sind nämlich hier beim Polizist und Hundeführer Daniel Hartmann. Und dabei ist natürlich auch noch sein Special Guest, der Defender Dog Nemo. Hallo liebe Daniel, schön dürfen wir heute hier bei euch sein. Hallo Desi, herzlich willkommen in Baselbiet. Dankeschön, jetzt haben wir ja den schönen Nemo neben dir. Verzähl einmal, wie bist du bei der Polizei zu der Hundeführung gekommen? Ich habe im 1987 die Schule gemacht und habe dann nach der Schule, nach meinen ersten Erfahrungen, nach ein paar Jahren, habe ich gesagt, ich werde noch eine Zusatzaufgabe machen. Und seit 1991 bin ich jetzt Hundeführer und der Nemo ist mittlerweile mein vierter Hund. Jetzt hast du ja schon gesagt, er ist jetzt der neu, jüngere Hund. Du hast ja noch den zweiten, den Rommels Macho, der jetzt schon 11 ist. Geht er jetzt doch schon in Rente? Jawohl, wir hatten gestern Nacht den letzten Nachtdienst, er wird jetzt Ende Mai wieder pensioniert und dann geht in Wolfenstein in den Ruhestand. Was ist jetzt so sein krasseste Erlebnis gewesen, das Rommels Macho hatte bis jetzt? Also das krasseste Erlebnis war glaube ich, als wir mal eben auch auf Täter gekommen sind. Er musste zwar nie einen Biss machen, aber er konnte das eigentlich sehr gut ausschaffen. Das Problem ist ja meistens bei den Diensthunden, wir können sie nicht auf alle Lagen vorbereiten. Sie müssen eine gewisse Lösung erhalten, auch noch selber treffen und er hat das dort hervorragend gemacht. Jetzt, wie wird man Polizeihund? Was muss der Hund für Anforderungen erfüllen? Ja, ganz einfach gesagt eigentlich ein grosses Herz haben und dann vielleicht ausgeprägte Beute, Beute, Spieltrieb und Fresstrieb haben. Das sind also die Sachen, wo wir eigentlich auch unsere ganze Ausbildung darauf aufbauen. Für die Hunde ist das sicher auch sehr anstrengend. Wie gehen die mit dem Stresslevel um? Ja, die gehen natürlich schon auch, das belastet ganz sicher. Aber wir dienen natürlich auch immer gut auslaufen. Wir lassen sie dann auch einmal die ganzen Geschichten verarbeiten, dass sie auch einmal darüber nachstudieren können, was jetzt hier passiert ist. Das ist ganz wichtig auch. Und dann lernen sie natürlich auch daraus. Wichtig ist eben, heutzutage Warm-up, Cooldown vor dem Training, vor allem im Schutzdienst. Und dann halt auch, wie immer, wieder sozialen Kontakt zu anderen Artgenossen, aber auch zu den Menschen. Wie sieht jetzt so ein Tag bei so einem Polizeihund aus? Was besteht da für ein Training? Also du meinst, es ist der Alltag oder mein spezieller Trainingstag? Also der Alltag ist eigentlich bei uns immer so, wir haben insgesamt drei Hunde zu Hause. Ich habe morgen eine Stunde gegangen laufen, das ist so nach den Fünfen. Und dann wird gefressen, dann gehen wir nach Hause und dann ins Büro oder ins Training. Wenn wir ins Büro gehen, dann ist er im Zwinger. Ich habe im Genre unten eine Zwingeranlage. Dort ist er im Zwinger und wir können auch während der Dienst die Hunde versäubern. Oder wenn wir einen Patrouillendienst haben, nehmen wir selbstverständlich die Hunde ja im Auto in der Box mit, damit wir sie dann auch gleich einsetzen können. Wenn wir Training haben, ist es individuell. Je nachdem, wo das Training geplant ist, treffen wir uns dort. Und nach dem Trainingsprogramm werden dann die Module geschult, die man eigentlich in der Ausbildung geplant hat. Jetzt, wie lange hat so ein Polizeihund Dienst? Wie viele Jahre? Also wie gesagt, der Macho ist eigentlich noch ein relativ gutes Weg. Er ist jetzt auch an der oberen Limite. Er wird ja elf im August. Ich sage jetzt mal in der Regel so, wenn man zehn Jahre den Hund einsetzen kann, also bis er zehnjährig ist, dann hat man sicher einen guten Wert. Jetzt, jeder Hund hat ja seinen eigenen Charakter und hat vielleicht auch mal an einem Morgen keinen Bock auf den Dienst. Was machst du da? Motivieren. Ich muss dann auch mehr motivieren, wenn das Gewetter schlecht ist oder so. Aber ich glaube einfach in der Arpe drin, es gibt immer wieder Möglichkeiten, wie man motiviert. Und es gibt halt auch einen Tag, wo es halt nicht so läuft. Mit dem muss man auch umgehen können. Jetzt, der Nemo ist jetzt noch ganz jung. Was hat er jetzt für eine spezielle Ausbildung, dass er dort hinkommt, wo jetzt der Macho ist? Also wir haben das Glück im Basel Land, dass wir eigentlich zweimal in der Woche einen halben Tag Training haben mit den jungen Hunden. Und da können wir doch schon sehr viel machen. Aber es reicht nicht. Es ist klar, dass man auch im Privaten einen grossen Teil leisten muss. Man ist zum Teil in Hunden spürt, man trainiert mit den Partnern oder wir machen sogar untereinander. Die Hunde führen etwas ab und machen noch Trainings. Weil es sind doch einige Disziplinen, jetzt sage ich, die man noch können muss. Jetzt bei euch, bei der Polizei in Basel Landschaft. Wo werden die Hunde eingesetzt? In welchen Bereichen? Die Hunde werden hauptsächlich im Schutzhundebereich eingesetzt. Das ist also die Suche nach Täter in Gebäuden oder auch im Gelände. Und natürlich auch Trails können wir machen. Das wäre angefangen bei uns vor ein paar Jahren. Dass wir auch täterische Trails lösen, also nach Individualgeruch. Und dann natürlich, wenn er dann die Schutzhundeausbildung hat, später noch eine Zusatzausbildung bei uns. Hauptsache jetzt die Drogen suchen. Jetzt hat der Nemo oder auch der Matcher schon mal einen richtigen Drogenfund erschnüffelt. Nein, das Glück habe ich jetzt nicht gehabt. Der Nemo ist noch erzogen, der hat die Ausbildung an. Entschuldigung. Nemo, komm zu mir, komm. Komm da. Komm, da. Sitz, warte. Super. Er muss jetzt erst die Schutzhundeausbildung machen. Die dauert etwa drei Jahre. Bis er ein Dreijähriger ist. Er muss ja auch im Kopf bereit sein für das. Und danach gibt es das Zusatzmodul der Betäubungsmittelsuche. Jetzt kann bei euch jeder Polizist zum Hundeführer werden. Oder erzähl mal, wie war dieser Werdegang? Also heute ist es ein bisschen anders. Es ist ja so, dass die Stelle ausgeschrieben werden muss. Wenn sie ausgeschrieben ist, kann sich eigentlich jeder melden. Nach dieser Meldung gibt es eine Eignungsabklärung, also auch ein Gespräch. Und so weiter und so fort. Und dann läuft er auch drei Monate bei uns mit. Bei den Trainings und so weiter. Und dann sehen wir gleich mal jemanden. Hat er das Flair mit dir zu arbeiten? Hat er das Händchen auch? Hat er auch Angst oder nicht Angst? Oder hat er auch Angst oder nicht Angst? Das sind alles so Sachen, die Rolle spielen. Jetzt, es ist ja auch dein privater Hund. Hast du auch manchmal ein bisschen Angst? Trotzdem, es geht ja auch in den Einsatz um das Leben des Hundes. Nein, diese Gedanken haben wir nicht gemacht. Ich glaube, da wäre ich auch nicht frei in meinen Entscheidungen. Und vor allem auch nicht in meinem Handeln. Ich glaube, beim ersten Hund hat man sich vorher schon etwas überlegt, was passiert, wenn. Aber schlussendlich ist ja das Mittel hier, um mich und auch meine Kollegen zu schützen, wenn es eine gefährliche Lage wäre. Jetzt bei den Leuten, wie kommt das an? Sei das jetzt bei den Taten oder bei den normalen Menschen. Haben Sie Respekt, sobald du mit dem Hund auftauchst? Das ist ja so. Das ist ein ganz anderer Kontakt. Vor allem im unfriedlichen Bereich. Der Hund ist halt nicht so berechenbar wie ein Mensch. Die Gegenseite wissen genau, als Polizist müsste ich sie beherrschen können. Auch wenn dann angespuckt wird und so weiter. Und der Hund hat halt auch eine gewisse Freiheit, die er sich rausnehmen kann, wenn jemand sich nicht so verhaltet, wie er muss. Dass er dann mit einem Bisskorb zu einem Stossen kommen kann, wenn er den Bisskorb an hat. Oder auch zu einem Biss, je nach der Situation. Jetzt, wie ist Daniel und Nemo privat? Nicht im Dienst? Ja, wir chillen meistens. Nein, wir machen... Für mich ist es wichtig, es ist ein Familienmitglied. Wir halten auch unsere Hunde alle zu Hause im Haus. Das ist keine Zwingerhaltung. Es ist für mich auch ganz wichtig, wegen der Bindung natürlich, weil eine gute Bindung macht schon viel aus. Dankeschön vielmal, lieber Daniel. Und natürlich, der Defender-Dog Nemo, dass wir heute hier sein dürfen und einen kleinen Einblick in euren Beruf haben. Danke vielmals. Lieben Dank, Desiree. Ich wünsche dir eine gute Rückkehr auf die Basel-Stadt und alles Gute. Dankeschön vielmals, dass ihr dabei war. Hat mich sehr gefreut. Wir sehen uns ganz bald wieder, wenn es heisst Desirees Talk. Macht's gut, habt's gut. Tschau zusammen.